Valentina schläft. Musst du wirklich gleich runter? Mhm. Aber vorher habe ich noch was für dich. Für mich? Ich kann dir zwar Lenas Geheimnis nicht verraten, aber es gibt ja noch andere Geheimnisse. Eine Schatzkarte? Mach auf. Ein echtes Geheimnis? Ja, und das Beste an der ganzen Sache ist mein Geheimnis. Einen Kochkurs. Das ist nicht nur irgendein Kochkurs, das ist ein Kochkurs bei einem Spitzenkoch. Ach so. Bei deinem Onkel. Pass auf, was du sagst. Okay, okay. Bei dir. Schön. Natürlich passiert das nur zu meinem eigenen Schutz, denn als du mir da vor zwei Abenden diese Dose geöffnet und den Inhalt da warm gemacht hast, da dachte ich, naja, vielleicht bleiben wir ja noch länger zusammen. Natürlich. Und das wäre schön, wenn in Zukunft was für mich kochen könnte. Hasta eine Schicksalive. Ich bin rocketer. Ja. Nichts. Untertitelung. BR 2018